Vintage Computer Festival in der Aktionshalle. Amiga. Amiga. Das war auch portable. Versicherungsvertraut und so. Aber das zeigt man dann alles in dieser Sendung. Also ganz gut. Das geht gleich los. Antari mit Komodori. Das Anti-Aliasing ist das Weichmachen. Aber der Effekt... Das war's auch schon. Danke fürs Zuschauen. und bis bald, danke, tschüss zusammen, Abo, nirn nicht vergessen, gell, merci, danke schön.